hallo leute und herzlich willkommen hier gerade wieder bei diesem komischen garan wie er hieß auf jeden fall ist er verdammt stark und pustet mich immer um im wahrsten sinne des wortes und jetzt versuchen wir mal und es klappt so wir hatten es ja einmal schon fast und dann hat uns weg gepustet letztes mal hat es dann gar nicht mehr geklappt und jetzt haben wir einfach mal da drin eingesperrt und diesmal scheint das ganz gut zu klappen hoffe ich doch nur leider dauert das immer ewigkeiten aber jetzt habe ich meine schießkunst verbessert und komm schon wieder her ja 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 So, 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 so. Pfeile haben wir auf jeden Fall noch genug. Jetzt haben wir noch 80. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Selbst wenn ihr 70 davon verschießen dürft es reichen. Denn sein Leben sinkt und sinkt. Ding, und da haben wir ihn. So, jetzt wollen wir hoffen, dass nicht noch einer kommt. Aber jetzt wollen wir erstmal speichern hier. Denn wer weiß, wie wir das nochmal schaffen. Ob wir das nochmal schaffen und wie, ja, beides. So, der dürfte jetzt ein paar Pfeile in sich stecken haben. Die sind nicht schlecht. Sehr schön, ein Schlüssel. Das brauchen wir nicht, das Ding. Das ist sehr schön. Immer noch keine Ahnung, was das ist, aber nehmt es mit. So. Sehr, sehr, sehr schön. Gut, gut. Und jetzt, wenn da gleich noch einer kommt, dann renne ich aber. Ah ne, der andere liegt hier schon. Das ist auch schön. Da war wohl einer vor mir da. Und hat den schon erledigt. So, und jetzt müssen wir wieder irgendwas in ihn reinstopfen. Und das machen wir doch mit einem Buch. Ja, dem Band 2 diesmal. So. Da müssen wir hin. Da sind wir jetzt. So, was machen wir, dass wir hier bekommen? Hat es mir noch nicht genug Tote gegeben? Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Runden zukehre. Damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Ich nehm mal lieber ne Waffe, falls es hier gleich abgeht. Ist da jemand? Oh, verdammt. Okay, das sind jetzt nicht so die Stärksten hier. Habe ich das Gefühl. Okay, die Frau ist nicht schlecht. Ja, die Frau ist gut. Ich gebe es zu. So, aber wir haben sie mitten im Satz doch noch erledigt. Speichern, falls noch irgendein Heini kommt. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Frau hat gute Sachen an. Deswegen kamen wir auch bei ihr nicht so weit. Ähm, das Problem ist, die ganzen Sachen wiegen verdammt viel. War egal, ich will das alles haben. Nein, das wollte ich jetzt nicht haben. Was habe ich aufgenommen? Irgendwas Blödes habe ich aufgenommen. Ich glaube, eine Axt oder sowas. Ich habe ein... Ah, ne. Stahlleuchte, den brauchen wir auch nicht mehr. Da brauchen wir eigentlich auch nur eine. So, was haben wir hier denn noch? Schönes, was wir alles nicht brauchen. So, 30. Da haben wir aber eine bessere jetzt. 45. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, da haben wir das Schild aufgenommen. So, das brauchen wir jetzt eigentlich... Ja, egal, das liegt eh nur. Ja, toll, das liegt auch nur 6. Brauchen wir aber nicht. Brauchen wir auch nicht. 15. Naja, das reicht auch nicht ganz. Das brauchen wir auch nicht mehr. Verdammt. Wir bewegen immer noch 17 zu viel. Die könnten wir noch wegtun. Hm, 13. Bücher. Schmeiß die ganzen Bücher weg. So, jetzt sind wir nur noch 9 drüber. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht, sag ich jetzt mal. Brauchen wir auf jeden Fall nichts. So. 28 brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das ist alles schlechter. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ah, jetzt sind wir nur wieder zu schwer, wie immer. 5 sind wir zu schwer diesmal. 5 dürfen wir noch runterkriegen irgendwo. Soll ich einfach dieses Schild 32? Wobei das andere viel schlechter ist. Na ja. So. Irgendwas müssen wir jetzt loswerden. Und ich mache dieses Schild weg. Tatsächlich. Gold, das haben wir. Ui. Ist das bei uns auch so teuer? Tausend, ne. 45 Rüstung. Das wollen wir mal eben nachgucken. Weil wir haben ja ziemlich das gleiche, aber irgendwie doch wieder was anderes. Ja, das tun wir auf jeden Fall weg. So. Und hier müssen wir irgendwas aktivieren. Bevor wir das machen, speichern wir nochmal. Dürfte nicht schaden. Und aktiviert. Aha, aha. Eine Treppe hat sich ausgefahren. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Wo kommen wir jetzt hin? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wo auch immer wir hier sind, es sieht megamäßig aus. Oh, verdammt. Seit wann können die Dinger schießen? Und auch noch so stark. Warum habe ich denn keine Rüstung an? Ah. Ah ja, okay, okay. Ich habe einen Fehler erkannt. Ich habe diese Rüstung nicht angezogen. Tada. So. Oh, was ist das? Wo waren jetzt diese Heine hier? Okay, hier sieht es echt übelst, übelst genial aus. Hat irgendwie, finde ich, was von Avatar, aber naja. Hier müssen wir rein. Was ist das hier? Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay. So. Feinde sind hier keine drin, das ist schön. Das können wir erst mal alles klauen hier. Interessant, 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 was hier alles so rumliegt, aber egal. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal mit, nehmen wir mal mit. Hört sich eklig an, nehmen wir trotzdem mit. Ah, jetzt wiegen wir wieder zu viel, verdammt nochmal. Aber wir haben ja zum Glück noch. Verdammt. 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 Schön, schön. Hier sind wieder die Reichen, wie es mir vorkommt. Nein, das ist zu schwer. Ein Kochtopf. Hier kann ich also kochen. Und Salz. Hier kann ich auch noch was machen, aber so haben wir jetzt nichts. Beziehungsweise nicht genug. Kartoffel, Trank, Ring. Verdammt. Ich muss endlich mal hier wieder rauskommen, Leute. Schaden 16. Warum schlage ich mich mit so einem hässlichen Ding rum hier? Ah, 19. Okay. Dann schlage ich mich, warum mit dem rum? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich hier sollte. So weit geht das schon. Dass ich nicht mal mehr das weiß. Aber jetzt speichern wir erstmal, da die Zeit jetzt auch schon wieder um ist. Ja, wir haben es gehört. Dankeschön. Jo. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Kommentiert, bewertet und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.